Hi und herzlich willkommen zurück zu Clared4Takeoff, der Fluglotsen-Podcast. Ich habe heute gleich drei Gäste bei mir, denn wir wollen uns heute mal die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten bei der DFS anschauen. Falls ihr euch also schon mal gefragt habt, ob ihr lieber die Ausbildung oder das duale Studium zum Fluglotsen machen wollt oder ob Luftverkehrsmanagement und Air Traffic Management nicht eigentlich das gleiche sind, dann seid ihr hier genau richtig, denn diese Fragen wollen wir heute alle klären. Deswegen herzlich willkommen Quentin, Ricarda und Patrick. Stellt euch doch gerne einmal vor. Ja, hi. Ich bin Quentin, ich bin 23 Jahre alt, ich mache die Ausbildung zum Fluglotsen, also ich bin FVKler. Und ja genau, ich bin aus dem Kurs 3.36 und jetzt im Rating B, das heißt im Dezember dann hoffentlich fertig, also schon relativ gegen Ende. Ja, hallo, mein Name ist Ricarda, ich bin 25 Jahre alt, habe im Oktober 2020 das Luftverkehrsmanagement-Studium angefangen. Und bin damit auch letzten Monat fertig geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und Patrick, da bist du noch dran. Genau, ich bin Patrick, 20 Jahre alt und ich habe 2021 das ATM-Studium angefangen und bin jetzt seit Anfang 2023 in der FVK-Ausbildung im Kurs 3.39. Und wir sind voraussichtlich Richtung Anfang Mai 2024 fertig und dann geht es an die späteren Tower. Ja, sehr cool. Ihr habt euch ja beide, Patrick und Quentin, für den Beruf des Fluglotsen entschieden. Da gibt es ja zwei Optionen, entweder man macht die Ausbildung oder das duale Studium. Könnt ihr uns vielleicht in ein, zwei Sätzen die größten Unterschiede dazwischen erklären? Ja, also wenn man die Ausbildung macht, dann macht man natürlich nur die Ausbildung, während man beim dualen Studium dieses Studium vorneweg hat. Das ist eigentlich ganz cool aufgeteilt. Man kommt mal wirklich anderthalb Jahre ins Studieren rein an der Hochschule in Worms, bevor es dann nach diesen anderthalb Jahren, in denen man nur Studium macht, in die FVK-Ausbildung geht. Das heißt, man lernt mal so ein bisschen den Studiealltag kennen, kann sich da mal so ein bisschen mit einfühlen praktisch und geht danach in die FVK-Ausbildung. Die FVK-Ausbildung bleibt aber für beide genau dieselbe. Das heißt, es wird kein Unterschied gemacht zwischen FVKlern und dualen Studenten. Da kann ich mich noch anschließen. Also ich kenne jetzt auch nicht noch mehr Unterschiede. Wir machen genau die gleiche Ausbildung dann, nur dass ihr eben davor noch zwei Jahre schon im Voraus studiert und dann auch noch eine Bachelorarbeit macht. Das fällt bei uns natürlich auch weg, aber ansonsten eins zu eins gleich. Und da wird auch nicht unterschieden irgendwie im Kurs zwischen, das sind die Studierenden, das ist die Lotsmeldung, also die FVKler, das ist einfach gleich. Die meisten Lehrgangsleiter wissen das nicht mal, dass sie duale Studenten bei sich dabei haben. Okay, und wusstet ihr direkt, was von bei mir machen wollt? Habt ihr euch nur für eine Sache beworben oder kann man sich auch für beides bewerben und dann schauen, wofür man genommen wird? Also es ist schon die Möglichkeit, dass man sich mehr oder weniger für beides erstmal bewirbt. Das Auswahlverfahren ist ja auch erstmal dasselbe und dann hat man im Nachhinein immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, das Auswahlverfahren ist geschafft. Ich möchte vielleicht doch gerne dieses Studium machen und gibt im Zweifel nochmal ein Motivationsschreiben dafür ab. Und da sucht sich dann die DFS natürlich irgendwie die passendsten Leute dafür raus. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie ein bisschen nach dem Abischnitt geguckt oder so. Und genau, aber erstmal die Bewerbung ist an sich dieselbe. Eine kleine Korrektur aus der Redaktion. Wenn die DFS mehr geeignete Bewerberinnen und Bewerber für das duale Studium findet, als es Plätze in Worms gibt, dann entscheidet final die Hochschule Worms, wer den Platz bekommt. Wie war es bei dir? Hast du dich für beides beworben oder nur für eins? Ich habe mich nur für die Ausbildung beworben, weil für mich klar war, dass ich auf jeden Fall lotsen will und in den Bereich gehe und also quasi diese extra Option, das extra Studium nicht brauche. Vor allem ich habe auch davor schon studiert und hatte dann eben nicht Lust nochmal zwei Jahre zu studieren und dann erst die Ausbildung zu machen, sondern ich wollte direkt anfangen. Und ich glaube den meisten um uns rum ging es ähnlich, beziehungsweise denen war das gar nicht so krass klar mit dem Studium, dass es das noch gibt. Ich habe auch einen Schnuppertag gemacht und da wurde es uns auch empfohlen, also wenn wir uns sicher sind, dass wir die Ausbildung machen wollen, dann sollten wir einfach direkt mit der Ausbildung anfangen und so habe ich es dann auch gemacht. Ja, sehr cool. Ist es denn so, dass man fürs Studium schon eher auch der Lerntyp sein muss, weil du eben die Hochschulphase noch davor hast, beziehungsweise würdest du dich eher so als jemand beschreiben, der gerne auch an der Uni sitzt und lernt, bevor er die praktischen Sachen angehen kann? Würde ich gar nicht mal so sehr sagen, weil im Gegensatz zu dem Studium, was doch relativ entspannt ist an der Hochschule Worms, weil es halt darauf ausgelegt ist, dass da duale Studenten studieren und der normale Alltag von so einem dualen Studenten ist halt, dass er einen Teil seiner Woche im Unternehmen verbringt und einen Teil an der Hochschule. Das ist halt so, dass die teilweise Montag und Freitag sogar frei haben. Das heißt, der Alltag an der Hochschule ist relativ entspannt. Wenn man dann aber in die Ausbildung kommt, dann wird es wirklich anstrengend und da ist auch deutlich mehr zu lernen als im Studium. Also ich glaube, das kann man nicht so bestätigen. Man freut sich die ganze Zeit natürlich auf die Ausbildung und auf das Leben irgendwie hier am Campus. Das ist wirklich cool und das Studium ist einfach dazu da, dass man mal so einen groben Überblick auch über die Luftfahrtindustrie bekommt. Dafür ist es wirklich gut geeignet, wenn man da Interesse dran hat. Wie sehen diese drei Hochschulsemester aus? Also was für Fächer hast du da so? Also man fängt erst mal an mit sehr viel BWL. Das nennt sich dann Economics im ersten Semester. Also wo man wirklich erst mal lernt, wie werden Produkte vielleicht angeboten, wie funktioniert so ein normaler Markt. Und das Ganze geht dann immer mehr aber in die Richtung der Luftfahrt praktisch. Das heißt, das Ganze, was man dann vorher als Grundlage gelegt hat, wird dann angewandt auf die Luftfahrt selber, sodass man dann zu verstehen weiß, wie funktioniert denn das Marketing von so einer Luftfahrtgesellschaft oder wie suchen Airlines die richtigen Flugzeuge aus für die Segmente, die sie am Ende fliegen. Okay, ja cool. Ihr habt ja eben auch schon mal angesprochen, dass dann man im Ausbildungsteil sowieso zusammen im Kurs sitzt. Merkt man dann da gar keine Unterschiede oder sind dann schon manchmal, dass man merkt, ah ja gut, da hat sich schon jemand ein paar Semester mit der Luftfahrt mehr beschäftigt? Oder ist es dann, sobald es quasi in die angewandte Theorie geht, dass dann da eh alle die gleichen Voraussetzungen haben? Wie nehmt ihr das so wahr im Alltag? Also wir hatten in unserem Kurs niemanden, der studiert hat davor, deswegen kann ich es jetzt nicht so genau sagen. Aber es gibt ja immer Leute mit sehr, sehr verschiedenen Voraussetzungen. Manche ist irgendwie die ganze Familie schon in der Luftfahrt gewesen, die anderen haben noch gar keine Berührungspunkte gehabt damit eigentlich. Und klar, da gibt es natürlich vor allem am Anfang dann schon Unterschiede, aber die sind nicht relevant für den Ausbildungsfortschritt dann. Von daher denke ich wahrscheinlich, ist es ähnlich, wenn man davor das studiert hat. Ja, man hat einfach ein bisschen Vorwissen, was die Luftfahrt angeht und einige Fachbegriffe kennt man natürlich auch. Und gerade mit dem Fachenglisch, was wir natürlich auch benutzen, da hat man einen kleinen Vorteil am Anfang, wenn man das studiert hat. Es ist aber nicht so, dass es sich dann durch die Ausbildung wirklich durchzieht. Das ist dann, relativ schnell ebnet sich dann wieder das Feld und am Ende gehen da alle gleich raus. Und es ist nicht so, dass man wirklich dadurch einen Vorteil hat. Man hat halt einen Überblick. Ja, sehr cool. Gibt es denn, wenn man den Bachelor macht, später irgendwelche Tätigkeitsbereiche, in die man reinkommen könnte, wofür die Ausbildung nicht reicht? Oder haben beide quasi so einen ähnlichen Karriereweg vor sich? Eigentlich ist es so angelegt, dass wirklich nach der fertigen Ausbildung alle erstmal gleich sind. Und da wird auch kein Unterschied gemacht. Genauso wie in der Ausbildung kein Unterschied gemacht wird, wird auch danach kein Unterschied gemacht, ob man das Ganze mit Studium gemacht hat oder ohne. Jetzt kann es natürlich sein, dass einem dieses Studium vielleicht für manche Tätigkeitsbereiche im Nachhinein, wenn man sagt, man möchte in Managementfunktionen in der Unternehmenszentrale gehen, eher qualifiziert. Aber auch da, der Unterschied ist wahrscheinlich relativ gering. Es ist wirklich eher eine Interessensfrage am Ende. Und ich frage jetzt mal ganz dreist, wird man auch gleich bezahlt am Ende? Ja, absolut. Kein Unterschied. Okay, sehr schön. Da freuen sich schon viele, das zu hören. Habt ihr denn die gleiche Bewerbung quasi ausgefüllt? Muss man bei der Bewerbung fürs duales Studium vielleicht noch mehr machen? Also das Auswahlverfahren ist ja das gleiche für euch beide gewesen. Gab es bei der Bewerbung denn dann noch weitere Schritte oder andere Unterschiede? Eigentlich nicht so weit, bis auf, dass man, wenn man vorher schon weiß, dass man das duales Studium machen möchte, ein Motivationsschreiben schon abgeben kann. Wenn man es nicht macht, wird man aber eigentlich auch nochmal gefragt, ob man es nicht noch machen möchte. Aber bis auf dieses Motivationsschreiben gibt es da keine großen Unterschiede. Okay, und gibt es denn theoretisch auch die Möglichkeit zu wechseln? Also von der Ausbildung ist das duales Studium wahrscheinlich schwierig, aber könntest du jetzt auch oder, ja, wenn man im dualen Studium vielleicht im ersten Semester merkt, boah, das liegt mir gar nicht. Ich habe ja aber die Zusage für die Ausbildung bekommen. Kann man das dann auch abbrechen? Oder wisst ihr nicht? Also ich weiß es nicht, ne. Ne, habe ich da noch nie von gehört, dass das jemand gemacht hätte. Ich meine, das sind auch nur anderthalb Jahre Studium. Ja. Das kann man auch mal durchstehen. Es ist jetzt wirklich nicht so schlimm, dass es geht. Was ich gehört habe, ist, dass man die Bachelorarbeit nicht machen muss, wenn man nicht will. Dass man dann sagen kann, okay, ich schließe das Studium halt nicht ab, aber bei den Jahren davor weiß ich es nicht. Und ich glaube, die meisten machen auch die Bachelorarbeit dann, weil, ich meine, eben hat ja die Zeit davor schon verbracht, man hat es ja schon gemacht, dann wäre es eigentlich unnötig. Aber es ist natürlich dann von jedem die eigene Sache. Ich habe gehört, der NC ist leicht unterschiedlich. Also wenn man sich jetzt für das duale Studium bewirbt, spielt er eine größere Rolle als bei der Ausbildung. Ist das so? Ja, das ist tatsächlich so. Und zwar, weil die Hochschule Worms pro Jahr nur zehn Plätze zur Verfügung hat. Und die Auswahl der Studenten obliegt dann im Endeffekt der Hochschule selber. Und die sucht natürlich die Leute aus mit dem besten Abischnitt. Und die meisten, die irgendwie das Auswahlverfahren schaffen, hatten jetzt auch nicht das schlechteste Abi. Das heißt, der NC liegt dann doch ein Stückchen höher und besser als 2.0 ist schon ein ganz guter Richtwert. Und dann kommt es einfach auf den Jahrgang an. Und wir waren ja gerade schon bei der Bachelorarbeit. Die findet ja während einer Praxisphase statt. Ist das dann on top zu den Lerninhalten, die man eh schon hat? Oder gibt es dann auch mal so Ausnahmen für die dualen Studenten, die dann, weiß ich nicht, vielleicht mal früher gehen dürfen? Ja, also die Bachelorarbeit findet erstmal während des On-the-Job-Trainings später statt. Also dann, wenn man schon an der richtigen Niederlassung ist und da eigentlich auch schon im Live-Verkehr, wie wir es nennen, mitarbeitet. Und ja, da gibt es jetzt neuerdings eine Regelung, dass die dualen Studenten zehn Urlaubstage extra bekommen und auf Antrag sogar noch mal zehn mehr. Weil diese Bachelorarbeit natürlich doch ein relativ großer Aufwand ist. Das gab es früher nicht. Das gibt es jetzt. Und ich finde das auch sehr gut, weil zusätzlich zu einem Job, den man ja doch noch lernt, wo man viele Einzelheiten von der späteren Arbeitsposition dann auch noch am Anfang auswendig lernen muss, noch eine Bachelorarbeit zu schreiben, ist schon schwierig. Und das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Ja, das glaube ich. Also sehr schön, dass das geändert wird. Und genau, Rikanna hat ganz gespannt zugehört. Aber kommen wir doch auch mal zu deinem dualen Studium. Du bist ja fertig mit dem dualen Studium zur Luftverkehrsmanagerin. Jetzt klingt das ja erstmal Luftverkehrsmanagement und Air Traffic Management. Könnte man jetzt behaupten, das ist das Gleiche. Das ist ja aber nicht so. Könnt ihr da vielleicht mal die größten Unterschiede aufzählen? Also der größte Unterschied ist wahrscheinlich, dass wir Luftverkehrsmanager keine Lotsenausbildung nach nebenher machen, sondern eigentlich ein ganz klassisches BWL-Studium durchlaufen. Also ganz normale Module wie vielleicht auch wie bei euch am Anfang, Economics, Rechnungswesen, was alles dazu gehört, Statistik. Aber eben ergänzt durch ein paar Luftverkehrmodule und sonst, ich weiß gar nicht genau, was eure Module dann noch weiterführend alle sind. Du beschreibst das schon ganz gut. Also die Module scheinen ziemlich ähnlich zu sein tatsächlich bei uns beiden. Jetzt ist es glaube ich so, ihr studiert auf Deutsch, richtig? Nicht alle Module. Ein paar sind auf Englisch. Ah, okay. Ja. Bei uns ist wirklich komplett alles auf Englisch ausgelegt. Es gibt auch dann immer einige Internationalstudierende noch an der Hochschule. Und ansonsten habt ihr natürlich sechs Semesterzeit. Und wir machen nur drei an der Hochschule. Das heißt, ihr habt bestimmt nochmal ein bisschen größeren Überblick und einige Module, die auch vertiefter sind. Und bei uns ist es halt häufig wirklich erstmal nur oberflächlich gewesen. Man kriegt mal einen Überblick, aber mehr ist es dann halt am Ende auch nicht. Obwohl man dazu sagen muss, dass wir jetzt nicht so tief in die Luftverkehrs-Themen einsteigen, sondern wirklich einen ganz breiten Überblick mal bekommen. Also es wird mal das Thema Flughafen, mal das Thema Airline behandelt. Aber so ein richtig tiefes, fundiertes Lotsenwissen, wie ihr jetzt auch habt, das eignen wir uns natürlich in unserem Studiengang nicht an. Und ich habe hier noch den Fun-Fact auf meinem Zettel stehen, dass man unterschiedliche Bachelor-Abschlüsse hat. Also beim Luftverkehrsmanager ist es der Bachelor of Arts und bei euch ist es dann Bachelor of Science. Was der Unterschied ist, keine Ahnung. Warum habt ihr euch denn für die jeweiligen Studiengänge entschieden? Mir war klar, dass ich irgendwas in die Richtung Luftfahrt machen möchte. Ich habe auch vorher schon mal was anderes studiert, was nichts mit der Luftfahrt zu tun hatte. Habe mich dann aber umentschieden. Und da war auch klar, dass ich unbedingt in die Richtung gehen möchte. Und da ich aber auch wusste, dass ich, glaube ich, nicht so die geborene Lotsin wäre, war für mich klar, dass ich auch nicht dieses ATM-Studio machen möchte. Ich glaube, das gab es auch 2020, als ich angefangen habe, noch gar nicht, sondern erst im Folgejahr. Die ersten, ich glaube, die ersten Durchgänge haben da angefangen. Oder so. Aber gerade so ganz knapp, ja. Nee, deshalb habe ich mich mit dem BWL-Studium zufrieden gegeben und bin auch ganz happy, dass das geklappt hat damals. Nee, und für mich war eigentlich immer klar, Pilot werden. Und dann war es irgendwann doch, dass man mal auf Fluglotse gekommen ist. Und wenn man sich die Arbeitskonditionen so anschaut und die vergleicht, dann landet man doch relativ schnell beim Fluglotsen. Gerade wenn man vielleicht sich überlegt, später eine Familie zu gründen. Und ja, dann war das Studium wirklich einfach die Möglichkeit, mal ins Studentenleben reinzuschnuppern. Das auch irgendwie mal mitzunehmen im Leben. Ich meine, ich habe direkt nach dem Abi angefangen, da hat man noch Zeit. Und genau, mal so einen Überblick über die Luftfahrt generell zu bekommen. Und das war eigentlich das Ziel dahinter. Ja, sehr cool. Wie findet ihr denn das duale Studium so in einem Vergleich zu einem Vollzeitstudium? Du meintest ja, du hast vorher schon studiert. Hast du das dann in Vollzeit gemacht? Und wie hat es dir gefallen, dass du diese Abwechslung aus Praxis- und Theoriephasen hattest? Also der große Unterschied besteht ja eigentlich darin, dass man nicht die klassischen Semesterferien hat, die man sonst bei einem normalen Vollzeitstudium hat. Und das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schade. Vor allem, wenn der ganze Freundeskreis irgendwie mal mehrere Monate im Sommer frei hat und man selbst eben in die Praxisphase gehen muss. Aber wie gesagt, für mich war das genau richtig. Ich fand es toll, auch so breite Einblicke in das Unternehmen zu bekommen, weil man ja in jeder Praxisphase einen anderen Bereich sieht. Und ja, einfach die Erfahrung, die man dabei gewinnen konnte und auch ein bisschen die Arbeitswelt kennengelernt hat. Ich glaube, das bereitet einen ganz gut aufs Berufsleben vor. Deshalb würde ich es genauso nochmal machen. Was Ricarda sagt, ist auf jeden Fall ein richtig großer Vorteil von so einem dualen Studium, dass man eben Unternehmen kennenlernt und vielleicht auch verschiedene Abteilungen von so einem Unternehmen mal sieht. Weil bei uns ist es nämlich auch so, in der normalen FVK-Ausbildung ist man doch sehr eingeschränkt auf dieses operative Arbeitsumfeld, was man später hat. Und wenn man das duale Studium noch mitnimmt, lernt man halt auch die anderen Bereiche der DFS mal kennen. Weil die Praxisphasen, die wir in den Semesterferien hatten, die sind halt immer in anderen Bereichen der DFS angesiedelt. Man hat natürlich irgendwo Schnittstellen mit dem operativen. Das ist auch cool so. Dann sieht man schon mal so einen Simulator von innen oder kann vielleicht mal den einen oder anderen Tower besichtigen oder das Center. Aber man sieht eben auch, was macht denn die DFS sonst noch so? Und das ist eben nicht nur Flugsicherung, sondern noch einiges mehr. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein riesengroßes Plus irgendwie, dass man die DFS als Unternehmen doch mal noch ganz anders kennenlernt. Und man darf natürlich auch im Vergleich zum Vollzeitstudium nicht vergessen, dass wir natürlich bezahlt werden dafür beim dualen Studium. Also das ist auch ein großer Vorteil. Und auch nicht schlecht bei der DFS, googelt das mal. Definitiv nicht. Genau. Was hattest du denn so für Praxisphasen? Also in was für Bereiche bist du da so eingetaucht? Ganz breit gefächert. Also ich habe in alle vier Bereiche, die es hier bei der DFS gibt, mal reingucken können. Obwohl das stimmt gar nicht. In den Technikbereich habe ich nicht reingeguckt, aber in die anderen drei. Und da waren natürlich dann auch Sachen dabei, die mir nicht so gut gefallen haben. Im Sinne von dem, dass ich sage, okay, da sehe ich mich jetzt, da sehe ich meine berufliche Zukunft nicht. Aber auch das ist ja irgendwo ein Erfahrungsgewinn, wenn ich sage, okay, cool, interessant ist mal zu sehen. Aber für mich ist es nichts. Und trotzdem ist es vielleicht auch ganz wichtig zu erfahren, okay, wie arbeiten denn die Menschen in dem Bereich, der mich jetzt vom Fach her eigentlich nicht so sehr interessiert. Also trotzdem diesen Einblick zu bekommen. Und sonst bin ich durch die Personalabteilung mal gelaufen. Und Lizensierung war einer von meinen Praxisphasen. Also wirklich komplett unterschiedliche Dinge auch. Ja, und man konnte sich wirklich ein gutes Netzwerk auch dabei aufbauen, weil man immer ganz viele unterschiedliche Menschen kennengelernt hat. Und jetzt auch im Berufsleben, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk hat, aus jedem Bereich jemanden kennt. Und ja, ich glaube, das lohnt sich. Ja, sehr cool. Und du bist jetzt ja fertig mit deinem dualen Studium. In welchem Aufgabenbereich bist du jetzt angesiedelt? Jetzt habe ich meine Übernahmestelle im Personalmanagement. Sehr schön. Was gibt es dann für andere Möglichkeiten? Also wenn du jetzt dich nicht fürs Personalmanagement entschieden hättest oder da die Stelle bekommen hättest, was hättest du sonst so für Möglichkeiten gehabt? Sehr viele. Ich glaube, das ist auch ein Vorteil von diesem BWL-Studium, dass man wirklich eigentlich nicht festgenagelt ist auf irgendwas, sondern sehr breit aufgestellt ist. Und für sich selbst vielleicht so ein bisschen herausfinden kann, schon während dem Studium und während der Praxisphasen, wo liegen denn meine Stärken? Was sind die Bereiche, die mich interessieren? Und natürlich auch mit ein bisschen Glück, dass da eine Stelle frei ist, kann man dann wirklich gucken, okay, wo möchte ich denn mein Ei lassen? Wo sehe ich mich beruflich? Ja. Gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten, also sowohl für dich jetzt, Ricarda, als auch für euch, wenn man dann später Fluglotse ist und man dann mehr machen möchte oder mal was anderes machen möchte? Wie sind da so die Möglichkeiten? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nur für den Fluglotsenbereich sprechen. Viele machen dann irgendwie noch den Ausbilder dazu oder den Prüfer, also da gibt es ja auch noch an der Akademie und im OJT. Oder man kann sonst auch gucken, ob man eben Schichtleiter wird, wenn man noch mehr Verantwortung übernehmen will, ob man Ansprechperson bei CISM wird. Das ist so Critical Incident Management, also quasi wenn jemand einen Vorfall hatte, der kritisch war, den dann psychologisch auch so ein bisschen zu betreuen, ist auch eine Weiterbildungsmöglichkeit. Und klar, sonst kann man natürlich auch immer noch dann irgendwann in die Unternehmenszentrale wechseln, denke ich mal, wenn man da dann in einen ganz anderen Bereich will und nicht mehr in den operativen Bereich. Absolut, ja, Richtung Management geht das dann irgendwann auch. Da gibt es auch viele Lotsen, die DFS rekrutiert auch viel aus ihrem Lotsenstamm, dann irgendwie später Manager. Und generell kann man sagen, es gibt immer viele Nebentätigkeiten, die man auch neben dem eigentlichen Beruf als Fluglotse dann doch noch machen kann und so den Arbeitsalltag vielleicht ein bisschen auflockert oder sich doch noch mal in andere Bereiche entwickelt. Man kann auch so Flugrouten entwerfen zum Beispiel, in den Bereich gehen oder sowas. Also es gibt super viel, was man machen kann und es gibt viele, die vielleicht auch nur halbtags dann noch als Fluglotse arbeiten, weil sie nach 20 Jahren gesagt haben, ein bisschen was anderes würde ich gerne auch noch sehen und eben noch was anderes mitmachen. All die Möglichkeiten gibt es dann eben auch. Ja, das ist schön, wenn das so flexibel ist. Ist es bei dir auch so, Ricarda? Ja, ziemlich. Also jetzt nach dem Bachelorstudiengang hat man die Möglichkeiten, auch berufsbegleitend auch einen Master draufzusetzen und sich vielleicht auch dahingehend nochmal irgendwie zu spezialisieren. Das muss auch nicht jetzt sein. Das kann auch sein, wenn man sich erst in ein paar Jahren dazu entscheidet, dass man sich doch nochmal irgendwo vertiefend reindenken will, dass man dann eben nochmal einen Master macht. Und sowas wird dann von der DFS auch mit so einem Bildungszeitbudget unterstützt, also dass man praktisch Zeit freigestellt wird, die man für seine eigene Weiterbildung nutzen kann. Und generell gibt es aber auch die Möglichkeit, Bildungsurlaube zu machen. Ja, da hat die DFS eigentlich ganz schöne Möglichkeiten und unterstützte. Sehr cool. Ich glaube, auch viele Lotsen studieren noch dann so halt nebenher, wenn sie dann ausgelernt sind, noch was einfach aus Interesse oder vielleicht auch zur Weiterbildung. Ja, habe ich auch schon häufiger gehört, dass das auch während des Schichtdienstes doch möglich ist, weil man, wie man wahrscheinlich auch häufiger lesen kann, doch einiges an Freizeit hat. Also wenn ihr noch nicht genug gelernt habt in eurer Lotsen-Ausbildung, könnt ihr danach noch weitermachen. Ja, so ungefähr. Ja, sehr schön. Und Ricarda, jetzt mal speziell an dich, geht es dir oft so, dass Leute sagen, aber bei der DFS arbeiten da nicht nur Lotsen, beziehungsweise so ein bisschen das Klischee. Was sagst du solchen Leuten, was für eine Rolle du zum Beispiel als Luftverkehrsmanagerung spielst? Also ja, das passiert sehr oft, wenn man sagt, ja, ich bin bei der DFS eingestellt. Ah, bist du Lotsin? Ne, bin ich nicht. Aber trotzdem denke ich, klar, die Lotsen sind das Hauptgeschäft der DFS, aber trotzdem funktioniert das Ganze ja nur mit einem administrativen Apparat im Hintergrund. Und genau, und da sind auch wir Luftverkehrsmanager dann eingesetzt und können natürlich irgendwie an Projekten mitwirken oder an neuen Systemen mitforschen, was ja dann alles doch irgendwie für die Lotsen ist natürlich. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, spielen wir Luftverkehrsmanager schon irgendwo eine essentielle Rolle. Auf jeden Fall. Also ohne die im Hintergrund und generell ohne alles im Hintergrund würde da gar nichts laufen. Ja, sehr gut, kann ich nur unterstreichen. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen bei eurem Arbeitgeber DFS gelandet. Wie war denn euer Weg hier zur deutschen Flugsicherung? Also habt ihr euch so ein bisschen auch für diesen Arbeitgeber entschieden oder war es eher so die Faszination für die Luftfahrt und ihr habt dann nachher quasi erst festgestellt, ach, ist ja schon eigentlich ein ganz cooler Arbeitgeber, wo man recht flexibel unterwegs ist. Wie war das so bei euch? Ich muss sagen, es war tatsächlich genauso, wie du es jetzt gerade im zweiten Teil praktisch anklingen lassen hast. Luftfahrt war schon immer ein Interessenschwerpunkt von mir. Viele von uns haben auch eben Väter, die Piloten sind, so war es bei mir auch. Dann fängt man irgendwann an vielleicht mit Segelfliegen, das habe ich halt gemacht und möchte natürlich irgendwo Pilot werden, in die Fliegerei gehen. Man hat einfach, man brennt dafür, was man hier auch bei vielen Leuten einfach merkt. Und ja, dann kam die DFS irgendwie, dann kam man mal da drauf, hat vielleicht Werbung für den Beruf gesehen und hat sich dann einfach mit dem Beruf des Fluglotsen mal beschäftigt, so im Vergleich zu dem des Piloten. Und gerade während Corona, wo ich ja meine Ausbildung dann hätte anfangen müssen oder auch angefangen habe, war natürlich das Problem, dass ganz viele Airlines gesagt haben, wir bilden gar nicht mehr aus oder wenn, dann auf eigene Kosten. Und das ist natürlich eine Riesenhürde, während die DFS gesagt hat, natürlich, wir zahlen die Ausbildung weiter. Ich finde, das schafft einfach Vertrauen zu dem Arbeitgeber. Und jetzt, desto weiter die Ausbildung geht, findet man doch immer mehr heraus, wie gut die DFS eigentlich im Vergleich zu anderen Arbeitgebern ist. Und ja, jetzt so im Nachhinein bin ich ganz froh, mich dafür entschieden zu haben. War das bei euch ähnlich? Also bei mir ist vielleicht ein bisschen das Gegenbeispiel. Ich hatte davor eigentlich nichts mit Luftfahrt am Hut, außer dass ich es immer so ganz cool fand, aber eben habe noch was anderes studiert. Und bin dann zufällig über einen alten Schulfreund von meiner Mutter draufgekommen, der nämlich in Rente gegangen ist, mit 52 in der Corona-Zeit. Da gab es ja so spezielle Regelungen, dass man auch mal drei Jahre früher gehen kann oder so. Und das fand ich natürlich krass, so, hey, wie geht denn das? Und dann habe ich mich mal wirklich damit beschäftigt und fand den Job halt mega cool und eben auch die Bedingungen sehr gut. Und dann habe ich mich eben mal beworben und mein Glück probiert und es hat zum Glück geklappt, ja. Sehr cool. Und bei dir, Ricarda? Ja, bei mir war es auch so. Ich hatte ja eben schon mal berichtet, dass ich nach meinem ersten Studium unbedingt nochmal irgendwas in die Richtung Luftfahrt machen wollte. Ich hatte parallel zu meinem ersten Studium als Flugbegleiterin gearbeitet und da kam auch ein bisschen die Luftfahrtliebe dazu, glaube ich. Und dann stand für mich auch fest, dass es das Studium Luftverkehrsmanagement sein soll und hatte mich dann auch ganz breit beworben. Das Studium wird ja von vielen Kooperationspartnern angeboten. Ja, aber jetzt bin ich froh, dass es die DFS geworden ist, weil ich finde es ein tolles Unternehmen und ja, ich arbeite gerne hier. Sehr schön, das hören wir doch gerne. Wie würdet ihr denn das Verhältnis zwischen Azubis und Ausbildern so beschreiben? Oder auch in deinem Fall, ja, Studierenden und Professoren oder dann Ausbildern hier bei der DFS? Ist das auch eher locker oder ist das schon auch, ja, ein bisschen autoritärer, wenn man so möchte? Also ich würde es generell erstmal als sehr gut bezeichnen. Also man hat wirklich das Gefühl, man wird sehr unterstützt und so. Ich glaube auch definitiv mehr als bei anderen Ausbildungen. Also man hat eigentlich immer jemanden, an dem man sich wenden kann, wenn irgendwas ist. So wenn, ich weiß nicht, die Leistungen da nicht so gut sind oder so, dann kommen die auch auf einen zu und gucken, wie kann man ihm helfen? Macht man da noch irgendwie Extrastunden oder sowas? Und generell gibt es echt viele Möglichkeiten, wie einem geholfen wird. Und das Verhältnis so ist, ja, ist ja eng eigentlich. Also, was hast du für ein Wort benutzt? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Autoritär. Nee, also autoritär auf jeden Fall. Eher locker. Eher locker, ja. Es hängt natürlich immer vom Typ ab so. Aber man hat auch zum Beispiel so Events, also wir haben das jetzt mal gemacht mit den Coaches, dann uns nochmal getroffen und irgendwie ein Bierchen getrunken und ein bisschen geredet, halt so privat quasi. Oder manchmal sind die auch bei den Partys, die ja hier manchmal in der Akademie gefeiert werden, dabei. Also ich würde schon sagen, sehr gut auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, dass die DFS eigentlich den Spagat zwischen Professionalität, also wie du gesagt hast, man weiß immer, an wen man sich wenden kann. Und es ist irgendwie ein fester Stamm an Leute da, die praktisch für die Ausbildung sorgen, die dafür da sind, die sich um die Auszubildenden kümmern. Und aber den Spagat zwischen, es ist doch persönlich auf die Person zugeschnitten, ziemlich gut schafft. Das heißt, man fühlt sich nicht wie in so einem riesen Kochtopf und ist einfach nur irgendjemand da drin. Sondern man fühlt sich, ja, ich will jetzt nicht sagen als Individuum, aber es wird sehr auf die individuelle Person eingegangen, ohne dass man am Ende sagen würde, man ist nur einer von drei Auszubildenden. Und ja, das kann ich, habe ich auch den Vergleich eben zum Studium, weil da gab es das eben auch zum Beispiel bei Projekten oder auch bei der Bachelorarbeit oder so, da war man zum Beispiel viel mehr auf sich selbst gestellt, was natürlich auch einen Lerneffekt hat. Aber es war oft auch so, ich habe jetzt ein Problem, ich weiß gar nicht, an wen ich mich hier genau wenden kann, muss es irgendwie selbst gucken. Und das ist hier gar nicht so. Also man hat wirklich viel Unterstützung und viele Möglichkeiten, um sich auch zu verbessern eben und um die ganzen Challenges gut zu schaffen. Ich finde, das hat manchmal so ein bisschen wieder so ein Gefühl von Schule. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt, was natürlich niemand hören möchte. Aber wenn man dann mal in der Uni war, stellt man fest, wie schön Schule eigentlich war, weil einem wurde mal wenigstens gesagt, was man organisieren muss. In der Uni weiß es niemand und man muss sich irgendwie selber raussuchen. Und hier ist es wirklich so, der Kursleiter nimmt einen natürlich irgendwie an die Hand. Es geht alles sehr schnell und dementsprechend braucht man auch jemanden, der einem einfach zeigt, wo geht es vielleicht lang und wie wird das Ganze gemacht. Und trotzdem ist das Verhältnis sehr locker. Also es wird viel gescherzt im Unterricht. Es ist nicht so strikt wie in der Schule. Hier sitzt sich niemand. Alle sagen du zueinander. Und auch die Coaches verstehen mal den einen oder anderen Spaß und machen auch Späße über die Trainees selber. Das ist wirklich, das sorgt für eine lockere Atmosphäre im Unterricht. Das ist ja auch wichtig. Also es ist ja auch gut für die Lernatmosphäre. Und wie sieht es aus? Habt ihr auch untereinander so Kontakt? Also kursübergreifend, wenn man hier jetzt neu ankommt, ist man dann, ich sag mal, nur mit den Leuten aus einem Kurs unterwegs? Oder lernt man dann auch schnell Leute aus älteren Kursen am Campus kennen? Wie ist das so? Also es gibt ja immer die Willkommenspartys. Da lernt man auf jeden Fall schon mal Leute kennen. Und man hat eben auch den Vorkurs von einem, der quasi halt vor einem angefangen hat. Der nimmt ja immer den nächsten Kurs so ein bisschen an die Hand und so. Und gibt denen auch eine kleine Aufgabe in der ersten Woche. Und dann gibt es eben auch die Willkommenspartys und so. Also man lernt auf jeden Fall ein paar Leute kennen. Und bei mir ist es so, das ist jetzt vor allem so in den Kursen so zwei Kurse vor mir und zwei hinter mir. Also mit den ganz neuen habe ich nicht mehr so viel zu tun, aber ich glaube, das ist auch normal. Aber es haben sich auf jeden Fall auch Freundschaften übergreifend gebildet. Also es gibt auf jeden Fall so ein gewisses Campusleben, gerade eben durch die angesprochenen Partys. Und man lernt dann doch schon mal den einen oder anderen kennen. War das bei dir während der Praxisphasen auch so? Also während der Praxisphasen, klar sind auch die anderen Studenten von der DFS in den Praxisphasen. Und da treffen wir uns natürlich schon viel zum Mittagessen, zum Kaffee trinken. Und man hat relativ viel Kontakt. Was bei uns aber generell ein bisschen schwierig war. Wir haben ja 2020 angefangen, wo jetzt mit großen Treffen, großen Veranstaltungen, Partys und so leider nicht so viel war. Das hat es uns auch ein bisschen schwierig gemacht, in Kontakt zu kommen mit den anderen Studiengängen oder jetzt mit den Lotsen-Azubis. Haben wir jetzt nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das anders ist, wenn man unter normalen Bedingungen startet. Weil ich glaube, die DFS ist schon bemüht, dass man sich kennenlernt und dass auch die jungen Leute, die Azubis, die Studis irgendwie sich kennenlernen und ein Netzwerk ein bisschen aufbauen. Es gibt auch einmal im Quartal ein Azubi-Meeting. Ich weiß gar nicht, ob die LVK da auch eingeladen sind. Aber ich glaube, ihr seid dabei. Aber du müsstest es kennen, glaube ich. Ich frage mich, ob ich dabei sein muss oder nicht. Ja, gut. Aber das sind solche Möglichkeiten, dass man mal in Kontakt miteinander kommt. Oder auch letztes Jahr im Sommer wurde mal so ein großes Event veranstaltet, wo alle zusammengekommen sind, wo dann solche Speed-Dating-Spiele und so gespielt wurden. Also die Bestrebungen sind schon da, dass man sich kennenlernt. Aber ja, das hat jetzt im 2020er-Jahr leider nicht so gut geklappt. Na gut, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Ausnahme. Wie sieht es denn so mit Möglichkeiten aus, so aus diesem, ich sag mal, Lernstress oder Lernalltag rauszukommen? Gibt es so Sportangebote oder andere Ausgleichsmöglichkeiten, die ihr da wahrnehmen könnt? Also ich glaube, bei Sportangeboten ist die DFS ganz vorne. Es gibt sogar ein eigenes kleines Sportstudio auf dem Campus. Da kann man sich anmelden und irgendwie nach Feierabend nochmal ein bisschen Sport machen gehen. Da gibt es auch Kurse, wenn man halt nicht dauerhaft Mitglied sein möchte. Ja, also wenn man daran interessiert ist, den Ausgleich kann man sich schaffen. Oder auch, was ich ganz toll finde, ist hier auf dem Campus, der ja relativ groß ist, irgendwie gerade im Sommer nochmal eine Runde spazieren zu gehen, laufen zu gehen. Das bietet sich auch wirklich an. Oder sich auf die Wiesen zu legen. Es gibt viele Grünflächen, Fußballfeld, Grillplatz, ist auch alles vorhanden. Und einen Basketballkorb gibt es auch noch. Die Überreste eines Basketballfeldes, genau. Man hat auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die Freizeit hier auch zu verbringen. Und das wird im Sommer auch genutzt. Ja, also höre ich daraus, habt ihr alle eigentlich schon das Gefühl, dass ihr so eine ganz gute Work-Life-Balance hinkriegt, obwohl ihr ein hohes Lernpensum habt oder hattet? Ja, ich würde sagen, das geht auf jeden Fall eben. Also man hat ja meistens nicht so lange Akademie und dann danach noch Zeit zum Erholen und ein bisschen was anderes zu machen. Und vor allem eben am Anfang muss man viel lernen, viel auswendig lernen. Aber es wird ja auch immer weniger. Zum Beispiel, wir sind jetzt in der Phase, wir haben eigentlich nur noch Praxis. Und deswegen muss man sich dann in seiner Freizeit eigentlich nur davon erholen. Was ja schon auch anstrengend ist so. Aber so viel lernen müssen wir eigentlich nicht mehr. Also es ist echt gut vereinbar, finde ich. Es gibt ja am Campus auch eine pädagogische Betreuung. Habt ihr das schon mal in Anspruch genommen? Oder was kann man sich so darunter vorstellen? Ich habe bisher keinen Gebrauch von gemacht. Ich habe es auch noch nie in Anspruch genommen. Aber ich kenne ein paar, die es gemacht haben. Und ist ein bisschen typabhängig, glaube ich. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann ist es anscheinend sehr, sehr gut. Also ich denke, das sind wir schon ganz gut aufgestellt. Und allein, dass es so etwas gibt, ist natürlich auch sehr cool. Also dass man da auch wirklich mit privaten Sachen hingehen kann, die einen beschäftigen irgendwie. Mir ist jetzt das und das passiert und ich kann mich nicht konzentrieren im Sim und so. Da kriegt man da auch eine Betreuung, kriegt auch Tipps und so. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Zur pädagogischen Betreuung sprechen wir übrigens in der nächsten Folge. Ein bisschen ausführlicher. Also falls euch das interessiert, hört nächste Woche wieder rein. Aber nochmal zurück zum Campus. Welchen Ort am Campus müssen Azubis und Studierende unbedingt kennen? Oder welchen Ort am Campus würdet ihr den neuen immer zuerst zeigen? Den Grillplatz. Eindeutig. Aber da muss man im Sommer auch schnell sein. Der ist immer sehr schnell ausgebucht. Grillplatz ist auf jeden Fall ein guter Call. Für die FVKler auf jeden Fall das alte Casino. Da ist Pausenmittelpunkt und Partyschwerpunkt, würde ich sagen. Also alle Welcome- oder Abschiedspartys finden entsprechend da statt. Und auch tagsüber ist halt einfach ein Aufenthaltsraum mit Billard und Tischkicker und Tischtennisplatte. Genau. Okay, also verbringt ihr da schon viel Zeit, ja? Absolut, ja. Die Pausen. Okay. Sehr schön. Dann gebt uns doch mal einen kleinen Ausblick. Worauf freut ihr euch jetzt entweder in der Ausbildung, im Studium oder bei dir jetzt so beim Start in den Beruf am meisten? Gibt es irgendwas, was so in naher Zukunft ist, worauf ihr euch freut? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt die Ausbildung hat ja jetzt ein halbes Jahr ungefähr gedauert. Und man muss echt sagen, es ist sehr, sehr kurzweilig. Also es hat sich eher angefühlt wie ein Monat statt sechs. Und dementsprechend freut man sich natürlich jetzt auch, dass es wieder so zügig weitergeht, weil man natürlich schnell in die Tower möchte, später seinen Arbeitsplatz sehen möchte. Und ich glaube, das ist so das große Ziel vor Augen, aber auch zwischendurch gibt es dann irgendwie coole Meilensteine, wenn wir in den großen Tower-Simulator zum Beispiel reinkommen das erste Mal. Da freuen sich auch alle schon drauf, weil es einfach was Besonderes ist. Ja genau, also da haben wir uns auch immer drauf gefreut, eben je komplexer es wird und auch je realistischer, desto mehr Spaß macht es auch. Weil es halt einfach immer cooler wird, eben später arbeitet man dann viel mehr zusammen noch mit den anderen. Also im Basic ist es ja eher so, jeder für sich. Und dann wird es aber immer mehr ein Team-Effort, das Ganze, und das macht schon echt Spaß. Und ich freue mich jetzt eindeutig am meisten auf den Live-Traffic dann im OJT. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wird bestimmt cool. Ja, bei mir überwiegt gerade noch die Freude, dass ich die Bachelor-Arbeit abgegeben habe und erst mal keine Uni-To-Do-Punkte mehr habe. Und jetzt auch wirklich erst mal zu 100 Prozent einsteigen kann ins Berufsleben. Gibt es denn auf der anderen Seite vielleicht auch Themenbereiche, die euch jetzt bevorstehen, vor denen ihr sehr viel Respekt habt? Oder gibt es vielleicht so, keine Ahnung, die eine Prüfung, bei der alle wissen, oh, die hat es in sich, da muss man jetzt besonders viel von lernen. Gibt es sowas auch? Ja, es gibt natürlich immer Theorieprüfungen, wo man auch ordentlich lernen sollte vorher. Aber auch da gibt es Hilfestellungen. Das ist meistens ganz gut machbar. Während so die Praxisprüfungen manchmal so ein bisschen unberechenbar sind. Man hat das alles vorher gemacht, aber man weiß natürlich nie, wie nervös ist man dann wirklich an dem Tag selber. Und da kann es dann schon mal passieren, dass man kleine Fehler macht, über die man sich dann ärgert. Und dadurch addiert sich das Ganze dann auf. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Das heißt, da hat man schon irgendwie Angst vor meistens. Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber doch Respekt davor. Auf der anderen Seite muss man sagen, es wird alles dafür getan, dass man wirklich bestmöglich zu dem Punkt irgendwie fit für die Prüfung ist. Und entsprechend das auch gut meistern können sollte. Also die Theorieprüfung habe ich eigentlich nie als, also man muss natürlich fleißig sein und muss früh anfangen zu lernen und es machen. Aber an sich sind die jetzt keine so große Hürde, würde ich sagen. Man muss einfach eben ein bisschen dranbleiben. Eben wie du auch meintest, die praktischen Prüfungen sind da eher ein bisschen knifflig. Wir haben jetzt bald den Face Report vom Rating B, eben auf der höchsten Traffic-Stufe. Und der hat schon den Ruf, sodass der es auf jeden Fall ein bisschen in sich hat. Deswegen da auf jeden Fall ein bisschen Respekt vor, aber ja, wir werden hier gut vorbereitet und hoffentlich passt es dann, ja. Viele schlafen vorher. Ja, aber er geht zwei Wochen lang. Also das ist ganz gut, das ist nicht so eine Prüfung und dann zählst und wenn du an dem Tag schlecht geschlafen hast, dann ist es kacke. Sondern eben du hast einen sehr langen Zeitraum, zwei Wochen eben. Und dementsprechend spiegelt das dann, glaube ich, auch ganz gut die tatsächliche Leistung wieder. Und es fühlt sich auch nicht so prüfungsmäßig an. Also wir hatten ja schon mal einen Face Report in Rating A und das vergisst man eigentlich eben dadurch, dass es über so viele Runs geht. Wie ist es denn bei euch so mit der doch sehr großen Verantwortung, die ihr später im Beruf tragen müsst? Ist euch das jetzt schon, also klar ist einem das bewusst, aber habt ihr jetzt auch schon manchmal Momente, wo ihr da sehr großen Respekt vorhabt und wo ihr vielleicht auch mal ein bisschen Sorge habt, wie ihr damit so umgehen könnt? Oder lernt man das auch in der Ausbildung und im Dualstudium, wie man dann später damit umgehen kann und muss? Also ich würde sagen, man lernt es auf jeden Fall. Und es ist natürlich immer ein Bestandteil und man denkt natürlich doch das ein oder andere Mal darüber nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass man Angst davor hat. Ich meine, man wird gut darauf vorbereitet. Man lernt es die ganze Zeit im Simulator. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum man das, was man im Simulator perfekt konnte, nicht auch draußen dann irgendwann können sollte. Und selbst da sitzt dann am Ende erstmal ein Coach neben einem. Der kann immer eingreifen, der hat immer noch ein Mikro parat und kann dem Flieger sagen, was er dann wirklich zu tun hat. Das heißt, da sind wirklich viele Sicherheitsmechanismen eingebaut. Und am Ende legt man eine Prüfung ab und damit ist dann auch klar, man kann es eigentlich. Ja, es ist natürlich schon viel Verantwortung, auch gerade wenn man so an die Emergency-Situationen denkt oder sowas. Aber ich denke, das ist eigentlich auch ein bisschen Typsache. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich finde es eigentlich cool. Also ich finde Verantwortung cool. Verantwortung macht Spaß so, wenn man halt das Gefühl hat, dass man der Aufgabe gewachsen ist. Also wenn man natürlich viel Verantwortung hat und man denkt, kacke, ich kriege das hier alles gar nicht hin, dann ist es natürlich sehr einschüchternd und sehr schlecht so. Aber eben, wir werden hier so gut vorbereitet. Ich denke, wenn man den Checkout schafft, dann kann man sich auch sicher sein, dass man die Sachen dazu hat. Und dementsprechend finde ich es dann eigentlich eher eine nice Sache. Und was glaubt ihr, welche Voraussetzungen sind eurer Meinung nach besonders wichtig, wenn man sich jetzt für den Beruf des Fluglotsen oder der Fluglotsin oder in deinem Fall der Luftverkehrsmanagerin entscheiden möchte? Worauf kommt es da an? Ja, auf jeden Fall erstmal sowas wie Mehrfachbelastbarkeit natürlich. Also dass man mit einigen Problemen irgendwie zur selben Zeit umgehen kann. Ich meine, wir wissen alle, Multitasking gibt es wirklich eigentlich nicht. Aber man muss sich doch dann immer sehr schnell wieder auf eine neue Aufgabe einstellen können. Und dann auch einfach der Umgang mit dem doch dauerhaften Stress. Ich meine, das merkt man jetzt schon im Simulator. Meistens gar nicht so sehr während des Runs, aber dann doch danach, wenn der Stress von einem wieder abfällt. Und ich glaube, das ist einfach was, was man braucht. Und ansonsten im Auswahlverfahren wird man natürlich auch auf diese Fähigkeiten hin schon getestet. Und dementsprechend, das bringen eigentlich alle mit. Also ich würde sagen, es sind natürlich viele Sachen wichtig. Aber ich würde sagen, zwei Sachen sind am wichtigsten. Und zwar erstens, dass man nie aufgibt. Also eben auch, wenn man einen Fehler macht, auch wenn irgendwie mal eine doofe Situation passiert oder so, dass man immer weitermacht und dranbleibt und eben bis zum Ende vom Run wirklich durchzieht. Dass halt so, ja, dass alles so gut wie möglich noch ausgeht und dass man das Beste noch rausholt. Und das Zweite würde ich jetzt im Rating B auf jeden Fall sagen, ist Kommunikation. Also es macht sehr viel aus, wie man mit den anderen kommuniziert, wie man sich auf die anderen einlassen kann. Weil jeder ist ja anders. Man muss irgendwie sich auf jeden ein bisschen einlassen, den richtigen Ton finden und so. Und da merkt man echt, wenn es eben sehr gut harmoniert mit einer Person, dann macht es vieles einfacher. Und Kommunikation ist sehr wichtig. Ich finde auch cool, wie aus diesem Kurs, der sich am Anfang natürlich gar nicht kennt, wirklich Richtung Ende einfach so ein Team wird. Und das passiert relativ schnell. Und das ist wirklich was, wo man sagen kann, das hat man nicht bei vielen Ausbildungen oder Studiengängen, dass man sich so als Team fühlt am Ende. Und dass es eben kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Und wir unterstützen uns gegenseitig, dass wir diese Ausbildung entsprechend schaffen. Und das ist wirklich was, was das Ganze für mich ausmacht. Ja. Ja, ich glaube, das Ganze ist ein bisschen schwierig auf Luftverkehrsmanagement zu übertragen, da jetzt an unseren Handlungen nicht unmittelbar Menschenleben dran hängt. Aber trotzdem, ich glaube, so ganz normale Skills, die vielleicht auch selbstverständlich sind, wie Kommunikation. Du hast es gerade so schön gesagt. Ich glaube, das ist nie verkehrt, wenn man sowas mitbringt. Aber wie schon gesagt, bei uns ist es jetzt nicht fix, wo wir mal landen werden, wo man sich beruflich hin entwickelt. Deshalb muss man das vielleicht für sich selbst auch herausfinden, was man für den jeweiligen Job dann mitbringt. Ja, ihr habt uns jetzt ja schon super viele Einblicke gegeben. Eine Frage, die ich euch jetzt stelle, ich glaube, die Antwort kann ich bei euch allen schon vorhersehen. Wenn ihr euch zum jetzigen Zeitpunkt nochmal entscheiden würdet, würdet ihr die Ausbildung oder das duale Studium nochmal genauso wählen? Auf jeden Fall. Ja gut, das hätte ich jetzt auch genauso geraten. Und zu guter Letzt, wenn ihr zukünftigen Azubis oder Studierenden was mit auf den Weg geben könntet oder, keine Ahnung, Leuten, die überlegen, sich zu bewerben, aber sich vielleicht nicht so ganz trauen, nicht wissen, ob das das Richtige ist und ihr könntet denen einen Tipp mit auf den Weg geben, was würdet ihr denen gerne sagen? Probiert es einfach. Also es gibt nichts Besseres oder ich habe noch nichts gesehen, kann mir nicht vorstellen, dass es noch was gibt, wo ich sagen würde, da hätte ich so viel Spaß dran. Gerade mit dem Umfeld hier am Campus und mit den Teams, mit denen man irgendwie zusammenarbeitet. Deswegen einfach versuchen und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht. Und vielleicht auch die Angebote von der DFS nutzen. Es gibt ja den Recruiting Day und auch meines Wissens nach die Insights, wo man wirklich nochmal gute Einblicke gewinnen kann. Und auch die Leute, die da auf der Karriereseite angegeben sind als Ansprechpartner, einfach auf die Leute mal zugehen, Fragen stellen und einfach mal reinschnuppern, wo es halt die Möglichkeit gibt. Ja, also ich würde auch sagen, auf jeden Fall bewerben. Man hat ja nichts zu verlieren, einfach mal probieren. Wenn man angenommen wird, dann wird man schon das Zeug dazu haben. Von daher auf jeden Fall bewerben. Und wenn man es geschafft hat, dann ruhig bleiben, die Ruhe bewahren ein bisschen und sich keinen Stress machen, weil man wird echt gut unterstützt. Ja, das ist doch ein schöner Schlusspunkt. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, ihr habt ganz, ganz viele Fragen beantwortet, die wir immer wieder bekommen. Und falls euch beim Zuhören jetzt noch Fragen gekommen sind, die wir vielleicht nicht beantwortet haben, dann könnt ihr uns die einfach bei Instagram oder TikTok schreiben. Da findet ihr uns unter at dfs-campuswelt. Oder falls ihr jetzt so begeistert von der DFS oder der Ausbildung zum Fluglotsen, zur Fluglotsin seid, dass ihr euch direkt bewerben wollt, dann könnt ihr das machen unter www.fluglotsewerden.de. Da findet ihr alle Infos zur Ausbildung und zur Bewerbung. Dann danke euch und wir sehen uns nächste Woche wieder für eine neue Folge Klärt4Take auf der Fluglotsen-Podcast.